Hallo Leute, willkommen zurück zum vermutlich letzten Part von Space Siege. Wir sind sehr nah an Peile dran. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt rächen. Oder jetzt bald. Hier ist nichts. Raumanzug. Noch eine Karte. Da hinten sind noch ein paar Roboter. Vor Wüsterbutt. Ah ja. Boah, die Gausskanone, die zieht richtig rein. Wichtig ist, dass die Waffe Style hat. Boah. Ah, die kritischen Schüsse sind... Krass. Wow, Halle. Ah, fies. Ja, ja. Peile hat Angst. Angst, dass wir ihn besiegen könnten. Da schickt er nochmal... ...seine verbliebenen... ...Mistroboter raus. Ja. Hier geht's nicht weiter. Müssen wahrscheinlich nach unten. Könnte jedenfalls sein. Da hinten ist noch ein Werkzeugkasten. Ich löse die mal besser aus. Und teile... Oh. Und teile uns mal kurz. Ach du meine Güte. Ich mache mir mehr Schaden als die Gegner. Ach, schade. Nichts Tolles dabei. Hm. So. So geht das gut. Ja. Und da hinten liegt da noch was? Ist da noch irgendwas nützliches? Oh. Ein ziemlich großer Werkzeugkasten noch. Na, den nehmen wir doch mit. Oh, Minen. Minen unter solchen Sprengdingern. Oh, wie böse. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, ja. Überall vereint verstecken, war klar. So, hier geht's weiter. Oh, da haben wir noch was übersehen. Ich nehme alles mit. Alles, was ich kriegen kann. Wieder heilen. Ach, das hält so wenig bei mir. Kommt her. Na, der Ansturm, der ist schon ganz schön heftig. Aber ihr könnt nichts gegen meine Ghostkanonen unternehmen. Gar nichts. Eine Riesenturbine. Und dann schauen wir mal runter. Manchmal ist das Fass weg. Gut, dann halt hoch. Oh, ganz nach oben. Interessant. Da geht's zum Maschinenraum. Mhm. Mhm. Und die Gegner bemerken mich gar nicht. Naja, gut. Ja, komm hier. Du kannst mir nichts. Okay. Aber die wissen wohl nicht, dass der Held am Ende immer gewinnt. Haben nicht so viele Geschichten vorher vorgelesen bekommen. Die kleinen Roboter. Na, schauen wir mal. Oh, das Gebiet ist ja doch noch größer. Naja, größer nicht, aber... Naja. Boah. Jetzt geht's aber ab hier. Die schweren Geschütze. Pilot? Pilot in groß? Kann das sein? Hm. Aber jetzt kann ich mich heilen? Großer Raum, das gefällt mir eigentlich nicht. Na, komm her. Was mit dem Durchschuss ist cool. Na gut, die Heilung wird nötig. Die haben den Schaden drastisch erhöht, jetzt gegen Ende. Die Typ 3 machen dann doch schon ordentlich Damage. Naja, komm. Kampfdrohnen. A2 für 45. Ach komm, hier. Wir haben's ja. Schwerkraftfeiern, wenn ich... eh nicht benutzen. Hm. Das könnte uns noch helfen. Gibt's vielleicht noch ne Waffe? Ach, ich könnte noch das Megablade aufrüsten. Ich hab's ja. Ah, Schaden. So. Äh. Und wenn das jetzt was gebracht hat, weiß ich gar nicht. Aber Schaden, das hat's nichts. Denk ich mal. Und da hinten. Und da hinten. Nirgendwo Roboter drin. Das Waffenlager kann mir auch nichts bieten. Feuer fallen. Ja. Wenn ich Möglichkeit habe, mich ein bisschen vorzubereiten, dann kann ich auch ein paar platzieren. Oh. Gut. Sturm. Wieder neu. Da hinten. Den kann ich gar nicht sehen. Jetzt. Gut. Da hinten sind wieder die. Moloch und Dezimatoren. Geile Reichweite. Da kann man echt nichts gegen sagen. So. Hier ist nichts mehr. Also weiter. Da hinten liegt eine Menge explosives Zeug rum. Oh. Was bis zu mir kommt? Na gut. Bis zu Harwell kommt. Der auch mal Heilung verdient hat. Nach dem Gefechten. Und er geht strikt auf mich zu. Der Vollstrecker-Bot. Der jetzt tot ist. Da hinten steht nochmal so ein. Typ, der noch Fallen aufstellt. Mag ich ja auch gar nicht. Experimental-Dezimator. Oh. Zwei sogar. Da kommen. Ihr habt noch was Besonderes verdient. An euch verschwende ich noch ein paar. Sachen. So. So ist gut. Boah. Die halten was aus. Ach. Du meinest wasser. Boah. Habe ich gegen mir drauf. Ja. Miese Sache das. Aber trotzdem passt volle Energie. So. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Äh. Hm. Triebwehrsteuerung. Ach. Ich denke. Da wird jetzt mich noch nicht der Endkampf erwarten. Wenn doch. Dann. Tja. Dann halt doch. Aber ich glaube nicht. Schauen wir einfach hin. Sieht ja recht interessant aus hier. Wenn das die Trickwerke sind. Dann möchte ich bitte, dass die ausbleiben. Danke Sergeant Walker. Das werde ich Ihnen nie angemessen zurückzahlen können. Danken Sie mir noch nicht, Doc. Das hier ist noch lange nicht vorbei. Ich weiß. Ich werde zum MCD zurückkehren und Ihnen helfen, wo ich kann. Es ist Zeit, dass ich mich um Jake kümmere. Mal sehen, ob ich mit Gesotos Programm diesen Verräter aufspüren kann. Hab ihn. Das ist noch nicht fertig. Aber sei ein Standort in Ihrem PDO vermerkt. Starten Sie diesem Dreckskern mal einen Besuch ab. Es wird mir ein Vergnügen sein. Okay, wir wollen also zu Jake. Und ihm nochmal dafür danken, dass er uns alle verraten hat. Schauen wir mal hin. Es würde mich interessieren, ob der auch umgebaut wurde. Er wollte es ja unbedingt. Na, ich könnte mir schon vorstellen. Vielleicht dieselbe Form, wie sie mit Vargas gemacht wurde. Scheint ja doch noch weiter zu gehen. Oh. Äh, hey. Komm mit, Clara. Daddy passt auf dich auf. Was ist das? Ist das Jake? Äh, hä. Äh, okay. Sehr interessant. Ja, komm zurück. Wir haben genug Minen, dann muss ich unser Roboter hier nicht opfern. Äh, Granaten nicht Minen. Minen haben die ja hier hingelegt. Das scheint doch noch weiter zu gehen. Schattelsteuerung. In die nächste Region. Ah ja. Jetzt ist ja viel los. Spiel gespeichert. Na, schauen wir mal, was hier so ist. Hm, ich würde sagen, Jake? Pilot? Endkampf? Also so. Also so. Vielen Dank.